Wir erforschen Synthesemethoden, Konzepte für Synthesemethoden, die es erlauben nachhaltig umweltfreundlicher organische Verbindungen zu synthetisieren. Diese Verbindungen sind von großer Bedeutung für die Anwendung im Pflanzenschutzbereich oder aber auch der pharmazeutischen Industrie. Mich hat von jeher begeistert, dass man wie ein molekularer Architekt Verbindungen gezielt herstellen kann, die neue biologische Aktivitäten zum Beispiel mit sich bringen. Es gibt weiterhin enorme spannende Aufgaben und Probleme im Bereich der Syntheschemie. Das ist nicht nur die Synthese neuer Verbindungen, sondern auch zum Beispiel die Verwendung von Kohlendioxid als C1-Baustein. Das ist im Bereich der Energieforschung zu sehen. Spannend ist unter anderem die Entwicklung einer umweltfreundlichen, grünen, nachhaltigen Chemie und dafür die Entwicklung von neuen Konzepten der homogenen Katalyseforschung.